Herzlich Willkommen im weihnachtlichen Lüneburg. Das ist ein Ausflug an die Ilmenau auch in der kalten Jahreszeitung. Das zeigen wir euch in den nächsten 60 Sekunden bei unseren einfach mal raus Geheimtipps in Lüneburg. Jetzt mal ehrlich, wer hat noch nicht davon getrankt, seine eigenen Süßigkeiten herzustellen? In der Lüneburger Bonbon Manufaktur gibt es alles, was das Candyherz begehrt. Direkt hier an der Ilmenau befindet sich unser nächster weihnachtlicher Geheimtipp. Schröders Wintergarten verwandelt sich im Dezember in ein wahres Winterwonderland. Glühwein, Schmalzgebäck und lebrigen Herzen und das vor so einer traumhaften Kulisse. Die Weihnachtsmärkte rund um das Rathaus, den Alten Kran und der St. Johanniskirche gehören zu Recht zu den schönsten Märkten Niedersachsens. Untertitelung des ZDF, 2020